1, 2, 3, 4 Hier ist Detective Miranda Blake. Ich brauche Verstärkung. Ein Mann wurde erschossen an meinem Flughafen. Und die wollen, dass sie in dem Fall ermitteln und zu einem Ergebnis komme. Wenn das so ist, brauchen sie eine Begleitung. Partner! Er beherrscht die hiesige Sprache inzwischen vorzüglich. Seine Vorgehensweise lässt dagegen eher zu wünschen. Ich arbeite alleine besser. Ich hab gehört, ohne ihn wären sie nicht mehr am Leben. Das ist völlig idiotisch. Weißt du, Miranda, dein Aggressionslevel ist ziemlich hoch in letzter Zeit. Nein, ist es nicht! Mit ihr ist nicht zu spaßen. Schließlich geht's hier um Leben und Tod. Drei Morde innerhalb von zwei Tagen auf meiner Insel. Und jedes Mal, wenn einer umgebracht wird, haben sie damit zu tun und stecken mittendrin. Dreamteam auf der Trauminsel. Für die Undercover-Arbeit braucht man echte Identitäten, einen perfekt recherchierten Background. Täuschend sich... Doch, wir machen das mit ganz viel Scham. Das ist einiges, was wir sehen. ... Untertitelung des ZDF, 2020